hi ho und willkommen zurück meine lieben strategie spieler und warhammer freunde zu dawn of war 3 wettribution so wir starten in die letzte version die grube des maledictus mit unseren dicken und lieben waspanzern und unseren gardisten und dem bett natürlich meiner Jahrhunderte auf der Gericht der Kadaver erhält hat, war es Korzbote, der wie den wahren Pfad von unserem pathetischen Leichenimperator zur Freiheit zeigte. Und was ist dies für ein Pfad, diese Bedeutung, dieser Zweck, zu dem wir die Schäbel unserer Feinde zusammentragen? Das ist nichts, es gibt keine Bedeutung, keinen Zweck, wir morden, wir töten, das ist hirnlose Wildheit, dieses Universum ist hirnlos. In wenigen Stunden werden Milliarden sterben, Unschuldige, Schuldige, Starke und Schwache, Ehrliche und Betrüger, sie alle. Sie werden schreien, sie werden brennen und zu keinem anderen Zweck als zu dem, dass der mächtige Korn ihr Blutvergießen genießt. Und vereint in diesem Fehlen von Zweck, Furcht oder Pflicht, werden wir endlich frei sein. Blut für den Blutgott, Schäbel für den Schäbelthron, lass die Galaxis brennen! Jo, Kyras hat definitiv den Verstand verloren, deswegen töten wir ihn jetzt. Wieder genauso. Obwohl ich hätte lieber gern etwas mehr Bevölkerung für diese Mission. Oder doch nicht. Jo, bringen wir es zu. Ein weiterer Sender. Zwischen Töten 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 Sirenes Geheimnisse Sirenes Geheimnisse So, dann legen wir gleich mal los, holen uns den Punkt Und gehen vor Und Marek ist sehr gut in der Lage, alles wegzuballern, was uns Pumpleme machen könnte So, holen wir uns den Punkt Die Energie noch Und holen uns Holen uns zwei Gardistentrupps Einen nochmal mit Hochenergielasern Und einen mit Panzerschrecks Also Panzerabwehrkit Und für das Erste können wir nicht viel machen, außer mit Gardisten rumhantieren Wir hätten auch Nehmen was abwerfen können Der sogar billiger geworden ist Oh Gott, wir haben den Energiepunkt Jetzt brauchen wir nur noch Einforderungspunkte für den Lehmann-Rust-Panzer Für den E-Panzer-Zielflichter Oh Gott, ich rücke vor Gut Ja, das ist immer lustig Das habe ich ganz vergessen gehabt Bis seit dem letzten Mal Dass Marek Diese Special-Fähigkeit hat So Das blöde ist halt Unsere Gardisten haben nicht so viel Reichweite Mit die Chaos Space Marines Das ist das Schicksal des Chaos Jedenfalls nicht die mit den Oh hi Da haben wir sich mehr Porten Da hat sich jemand geportet gehabt Der jetzt tot ist Die vielen Dekaden waren mir eine Ehre, Gabriel Empfehlen Sie meine Dienste dem Imperator Der Imperator schütze Sie, Skriptor Ich gehe nun, Ihren Orden zu erlösen Und so sind die Wege der Dämonen Sie belügen Sie belügen, leiten uns fehl Sie zu vernichten ist der einzige Weg Ihren Einflüssen zu entgehen Jo Okay, das sind ein paar viele Das war Einer meiner Trupps Okay, wir haben nicht genug Bevölkerungs-Limit Dann nehmen wir erstmal hier den Punkt ein Dann nehmen wir den Punkt ein Und dann können wir da rüber gehen So, Energie haben wir jetzt nämlich genug Das war ein ganzer Haufen Zerfleischer Genau, vorwärts mit dem Melton Und ja, das war wirklich die Ehrengarde Gut Du wirst zum Todesklingepanzer befördert Ihr kriegt wieder euer Upgrade Ja, und ich Und ich finde echt mit der Mit der Baggerschaufel vorne Sieht da sogar noch böser aus So, ein Kontrollpunkt Und da gibt es schon mal für dich Gibt es für dich schon mal das Energie-Upgrade Weil das ist das Wichtigste Das werden wir auch nicht zulassen Da ist der Feind, für den wir hergekommen sind Für den Imperator Hallo Wir waren verstanden Position erfasst Jo Machen wir alles mal kaputt Jo Unser Lebensmuster hat ein bisschen was abgekriegt Also tun wir mal ein bisschen reparieren Und ja, ich habe jetzt genug Anforderungspunkte Um bei der nächsten Gelegenheit Baneblade zu rufen Das wäre jetzt dann wohl hier an der Stelle Weil der Baneblade, der braucht 25 Und ja, das ist ein Blöder Draftat mit Raketenwerfer Nur zu nehmen das Ziel ein, Sir Hoffentlich beseitige Demo Das ist ziemlich zerstört Wir sind jetzt unterwegs So, ihr holt euch mal die Packs Und machen jetzt mal erst diesen Punkt kaputt Und ziehen uns dann zurück Ja, da macht er jetzt seine Spezialfähigkeit Also seinen eigenen Artillerieschlag Und jetzt gibt Gabriel gleich den Geist auf Ja, da auch nicht gerade so viele Chancen Alleine entgegen Die Inquisitorin klingt sauer Ich erfasse das Objekt Ich bin dran So, wir haben den Siegespunkt Wir haben genug Ressourcen für einen Baneblade Brauchen wir bloß noch die Richtige Äh, das richtige Gebäude dafür Jetzt ist Kyra Ist nämlich ganz allein da unten Ohne dass jemand gegen ihn kämpft So, müssen wir erstmal den Predator loswerden Reparieren Unser Baneblade Schalten den da aus Vorhängen Äh, unser lieben Massenpanzer So, den Hinterhalt kurz loswerden Und dann die Infanterie hier Oh Mach mal den kaputt Bevor er böses Schaden anrichtet So Da ist die gepanzerte Faust des Imperators Der Baneblade geht mal oben lang Zusammen mit Mavic Und unten geht der Rest entlang Und schießen wir mit der Hauptkanone Das war nicht die Hauptkanone Das ist die Hauptkanone So Und machen den Zweiten Turm weg Das kommt fast schon der Baneblade alleine So Ah, danke, kein Interesse So, reparieren wir den Liebenmassenpanzer Und dann reparierst du den Baneblade weiter Bevor wir weiter vorrücken Sehr schön Wir haben jetzt eine Bevölkerung von 100 Später werden wir die hohe Bevölkerung brauchen Wenn wir mit Noch mehr Baneblades Äh Nicht noch mehr Baneblades Mit noch mehr Liebenmassenpanzern anrücken wollen Das ist verrückt Das ist verrückt Sogar für einen Simon Dann los Ja 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 Ja